Vergessen Sie nicht, dass alle Leitbahnen, mit Ausnahme der unpaarigen Meridiane, die in der Körpermitte verlaufen, zweipaarig und symmetrisch angeordnet sind. Wir bekreuzigen uns und berühren den Punkt Lunge 1. Wir verweilen kurz am Punkt Lunge 7. Von dort aus geht es weiter zum Endpunkt Lunge 11. Der nächste Meridian, der den Energiefluss übernimmt, ist der Dichtdarm-Meridian, ein Yang-Meridian, welcher zusammen mit dem Lunge-Meridian das Element Metall symbolisiert. Dieser beginnt im radialen Nagelfalz des Zeigefingers. Er verläuft nach innen über den Ellenbogen entlang, dann gehrt Schulter und den Hals und endet unterhalb des Nasenflügels. Hallo, ich bin Alcantara Rende. Ich bin PCM-Lehrer und möchte euch ein paar Tipps zeigen, um ein bisschen schwierige Lunge-Meridian zu verstehen. Wir haben hier auch Herr Ulf Pappert, der das anhand von gewissen Deckungen, die auch selber entwickelt haben, zeigen wird. Und ich werde zuerst sagen, wie finden wir den ersten Punkt des Lunge-Meridians. Der Lunge-Meridian gehört zum Beteiligen. Um den Punkt Lunge 1 zu gelangen, müssen wir bei der Kirche so machen. Und dann kommen wir direkt zum Lunge 1. Da haben wir hier den Puch. Das ist ein bisschen schmierig mit der Dämmer, wie wir das hoch hinkriegen. Also der Lunge-Meridian läuft auf dieser Ebene. Wir haben hier diese bunte Meridian, die verschiedene Städte von dieser Autobahn. Das ist so wie eine Autobahn oder einen Strang. Wir müssen am Strang ziehen, um überhaupt diesen Meridian zu verstehen. Hier habe ich hier drei Meridianen, drei Team-Meridianen. Am oben, wenn wir mit dem Daumen nach oben sind, haben wir den Lungen-Meridian. Was für Indikationen hat der Lunge-Meridian? Also, wir haben drei Ebenen. Einmal die Organebene, das heißt Lunge, bedeutet jeder Punkt oder jeder Punkt, in dem Verlauf, das sind elf offizielle Punkte und im Grunde sind unendlich viel mehr, wird eine Auswirkung auf die Lunge haben. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene wäre die Lokalebene, das heißt, hier würden wir mehr in dem Bereich auch Schulter zum Beispiel, hier können wir eine Picondylitis, also Denizarm, behandeln und hier können wir Atradien, also Probleme mit dem Handgelenk behandeln. Das wäre auf der Lokalebene. Und die letzte Ebene wäre die Fernebene. Das heißt, wir können, wenn wir hier eine Picondylitis haben, können wir auch hier eine Auswirkung erzeugen. Und hier auch. Das heißt, wäre dann die drei Ecken. Und jetzt wird Ulf uns zeigen, wie man zum Beispiel bei Asthma Brochial, das wäre ein sehr wichtiger, wenn wir die Lehrerin was machen können mit der Auswirkung. Ja, ich übernehme mal, also man kann den Lungenregian sehr gut in physiotherapeutische Behandlung integrieren. Dazu kommt noch, dass 70% aller chinesischen Akupressurpunkte auch als Triggerpunkte wirken. Zum Beispiel kann ich über eine pektorale Dehnung hier diesen Lungenregian sehr gut dehnen. Ich habe meinen Patienten hier gut stabilisiert, könnte zum Beispiel mit einem Finger auf den Punkt Lunge 1 gehen, der auch ein pektoraler Triggerpunkt ist und mit dem anderen Finger zum Beispiel die Lunge 7 behandeln, hier eine energetische Verbindung herstellen und kann jetzt wirklich im Grunde genommen in verschiedenen Ebenen pektoral dehnen und den Meridianverlauf wie die Seite eines Musikinstruments traktieren und hier eine Wirkung erzielen. Und ich kann ja auch in die Nervendehnung übergehen, kann also sehr kreativ, sehr virtuos mit diesem Meridianverlauf arbeiten und habe hier einen sehr guten Übergang zu weiteren effizienten Behandlungstechniken. Das ist jetzt eine kleine Demonstration in der Sitzposition. Sehr gut kann man den Lungenmeridian auch behandeln in der Seitenlage. Ja, legt dich mal auf den Rücken bitte. Zum Beispiel kann man über die frontale Seitenlage in eine Position gehen, aus der heraus ich jetzt ähnlich agieren kann wie eben. Ich kann zum Beispiel hier über die Diagonale den oberen Meridianverlauf gehen. Ich kann das dann mit anderen Techniken sehr gut kombinieren. Ich kann den Winkel verändern und kann hier einen Einfluss auf den Lungenmeridian und auch die Tiefenatmung ausüben. Auch wenn ich meine Position verändere, kann ich mir hier wieder neue Handlungsspielräume verschaffen. Zum Beispiel hier über sogenannte Sandwich-Techniken mit der Ausatmung Druck auf den Meridian geben und gleichsam hier am oberen Rücken addieren. Viele Möglichkeiten gibt es in diversen Positionen. Jetzt will ich den Jakob mal sich auf den Bauch zulegen. Auch hier in einer sehr konventionellen Massagesituation kann ich den Jungenmeridian behandeln, indem ich hier wiederum über die pektorale Dehnungsebene gehe, kann ich verschiedene Positionierungen entwickeln, aus denen heraus sich der Lungenmeridian behandeln lässt. Ich gehe hier zum Beispiel auf Lunge 1 und arbeite wiederum mit einer Centris-Technik, gleichzeitig hier pektoral am Lungenmeridian und am Rücken und arbeite mit der Atmung, mit dem Atmungsrhythmus meines Patienten. Viele Möglichkeiten der Dehnung können sich im Behandlungsfluss entwickeln. Ja, soweit zur kleinen Demonstration zur Integration des Lungenmeridians. Fast alle Meridiane, alle zwölf Hauptmeridiane der chinesischen Medizin kann man in physotherapeutische Behandlung integrieren und eben auch Kombinationen aus Dehnung, aus Traktion, Akupressur und Trägerpunktbehandlung kreieren. Ja, ich bedanke mich und alle anderen auch für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und wir freuen uns, vielleicht sieht man sich mal wieder. Kontakt bei uns zu uns finden Sie über unsere Homepage, im Fleece-Text und wir wünschen viel Spaß beim Anwenden.